ich will das mit ein bisschen glück treffen die gegner genauso scheiße wenn er hier in den kesseln landet der landepunkt ist eigentlich perfekt der beste landepunkt die wir haben jetzt kommen halt schon runter ja genau wir brauchen ein menüteel glaub ich da runter das ist die rote halle passenderweise ich habe mich schon ausgezogen das geht halt nicht so gut jetzt ich habe angst ich sehe schon den ozean und eine fabrik und ist das ein stinger oder kommt ein anderer hauptschrauber wir können es doch schaffen wenn er noch lange genug gleitet schaffen wir das er gleitet noch wir segeln wird schwarz wird schwarz ja okay mit jetzt endlich selbst eine can move abfrage noch ans ende machen oh nein mit mission complete irgendwie sind meine füße nass und dass